Ho, 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 das ist der dritte Advent und wir öffnen das 13. Türchen. Ja, der heutige Tag wird wahrscheinlich für viele in eher nicht so schöner Erinnerung bleiben, aber nichtsdestotrotz möchte ich euch ermutigen, mit eurem Videocontent in die Sichtbarkeit zu gehen, denn darum geht es. Alle Einzelunternehmer, alle Solopreneure, alle Onlinepreneure müssen begreifen, dass die neue Realität auch über Videocontent geht und in unserem digitalen Adventskalender in diesem Jahr möchten wir dich hier ermutigen, Dinge auszuprobieren, Dinge zu testen und du bekommst jeden Tag tolle Tipps und Tricks, die du sofort umsetzen kannst. Einige davon sind Hardware-basiert, andere sind Software-basiert und wieder andere sind so ein bisschen vom Setting her beeinflusst. Ja, und so auch heute, denn heute möchte ich dir mal einen kurzen Tipp geben, wie so ein Bildaufbau im Ideal verzeihen sollte, damit du einfach schon direkt mit deinen Videos, und das ist egal, ob das Live-Videos sind, ob das Videos für YouTube sind, ob das Videos für deine Facebook-Seite sind, für deine Webseite sind, für Online-Kurse oder aber auch in Videocalls, wie du einfach direkt eine gute Figur machst, wenn du dich so ein bisschen an diesen, ich nenne es mal goldenen Schnitt der Videografie hältst. Und dazu schauen wir uns einfach mal an, wie ein solches Bild aufgeteilt ist. Dazu habe ich ein bisschen was vorbereitet, keine Sorge, ich habe jetzt hier nicht irgendwelche Bildstörungen, aber du siehst, ich habe das Bild jetzt mal in drei Bereiche aufgeteilt. Wir haben Upper Third, das heißt das obere Drittel, dann haben wir Middle Third, das ist so dieses mittlere, wo so der Hauptteil deines Gesichtes zu sehen Seite und Lower Third. Und im Bereich von Lower Third, da sollte, ja weiß ich nicht, Informationen zu dir vielleicht stehen. Und wenn du beispielsweise Nachrichten siehst, dieser CNN-Style, die Nachrichten, die relevant sind, die fließen einfach immer unten mit ein, man kann es aber auch im oberen Bereich. Nur die Hauptaktion sollte immer so in dem mittleren Bereich sein, da solltest du sein. Und du kannst dir mit Keynote beispielsweise eine solche Hilfestellung auch basteln. Ich habe das jetzt auch in Keynote gemacht, ich habe mir da einen transparenten Hintergrund genommen und ich habe dann da das gedrittelt und entsprechende Farbfelder drüber gelegt, sodass ich dann, wenn ich so ein Setting für ein Video mache, mir wirklich genau überlege, okay, was soll wo rein. Das sind so allgemeine Standards, die so in der Videografie vorhanden sind, dann hat das nicht so einen knirschigen Charakter, wenn man sich ein Video anschaut. Und ich meine, es ist ja unser neues Medium, mit dem wir uns hier jetzt beschäftigen. Videos, die deine Kunden, die deine potenziellen Kunden, deine Klienten, ja und auch deine Interessenten einem vor allen Dingen auch erreicht. Und da möchtest du natürlich eine gute Figur machen und mit kleinen Tricks, also wie das jetzt hier mal so auf diesen Dreiklang eines Bildaufsbaus in einem Video zu achten, das bringt dich schon mal ein ganzes Stück nach vorne. Ich sehe es leider immer wieder, dass auch Menschen, die jetzt schon längere Zeit online unterwegs sind und auch regelmäßig Videos posten, sich an diese einfachen Regeln nicht halten und sich dann wundern, warum die Videos nicht so performen, wie sie es gerne hätten. Also wer mag, kann mir auch gerne eine kurze Nachricht hier unter diesem Beitrag schreiben. Dann kann ich euch gerne dieses Overlay, was du jetzt hier siehst, auch mal zur Verfügung stellen, sodass du das mal einfach bei dir drüber legst und einfach mal guckst, okay, wie ist denn überhaupt mein Bildaufbau. Und genau. Und das war es so mit meinem heutigen Tipp zum 13. Dezember, zum 3. Advent. Ich trinke jetzt hier noch einen Schluck gut gekühltes Getränk und wünsche euch einen schönen Tag. Wir sehen uns morgen, wenn das 14. Türchen geöffnet wird. Und passt auf euch auf, bleibt gesund und gebt aufeinander Acht. Bis dann. Tschüss. Türchen geöffnet wird. Und passt auf euch auf, bleibt gesund und gebt.